Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Matchman, League of Legends mit dem Klaas. Ah, ja zusammen, was geht ab? Die dritte Ansage. Erstmal habe ich vergessen die Hintergrundmusik anzumachen, dann habe ich vergessen den Ton von LoL anzumachen. So, aber jetzt, was kaufst du dir immer im Jungle? Ich gehe eigentlich hier auf Stoffrüstung gehe ich eigentlich. Ich muss nur kurz heißen, Seele des Echsenältesten. Seele? Das kann ich mir gar nicht leisten. Ja, du musst mit dem Dorf, mit der Machete des Jägers anfangen. Okay, und Mana tränken. Eben. Es macht nur Spaß, wenn sie... Hm. Ich komm schon, Ladies, ich komm schon. Ja, ich bin Warwick, aber ich hab noch 5 Sekunden, um da runterzukommen. Best Start ever. Wait for me. Nein. Pony, pony, run, run. Ah. 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 Thank you. Ah. Jawohl, 1, 1, 1 für mich. Uh. Läuft. Uh. Ah, ja. Erstmal zu den Börsen. Jawohl, zweiter Fass. Läuft. Ich geh von nicht so aggressiv vorne. Ich wurde warden an deiner Stelle. Hat er überhaupt Dronin? Was, Kasu? Hat er überhaupt Dronin drin? Weil der macht mir kein Damage. Mit Outdoor Tags. Der hat 71 Schaden. Der macht dir kein Damage. Zack, jetzt dein scheiß Schutz weg. Ja, mein Schild ist weg, aber wir hoffen nicht. Aber nur, weil es ein Crit war. Willst du denn da schon machen? Juhu. Und unser Yasuo macht die Syndra am Anfang weg. Fast. Alter. Ja. Fast, das ist das Problem. So, wie sieht's auf der Botlin aus? Okay, Doppel-ALC ist nicht so vorteilhaft. Ja. Ach was. Ich glaub ich mach gleich Red Buff. Aber ich hab Angst, dass da in einem Busch wieder drinsteht hier. Ja, diesmal nicht. Das ist mein kleiner. Nein, nicht Mama. Die haben glaub ich den Lebensraum vom Warwick ein bisschen erhöht. Oh, oh, Caitlyn und noch Botlin. Bisschen dodgen wir nicht schlecht. Die rennt gerade zurück. Komm. Komm, das kann man auch besser machen. Das hab ich grad nicht aufgepasst, ey. Du merkst mich zu, ist ja ab. Ich komm, ich komm ins Top-Lane, ne? Ja, ja. Ich stell mich hier in den Busch, dann renn ich hier rüber und komm von hinten. Und ich ping für jedes Mal, wenn ich von hinten sag. Okay. Hinten, 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 hinten. Komm jetzt geh rauf, geh rauf. Geh rein, voll rein. Ich hab da mein Steinchen. So, warte. Oh, oh, ich glaub der macht dich weg. Was? Ich hab geflasht. Komm schon. Ich versteh's nicht. Ich begreif's nicht. So, toll. Ah, deine Rache. Aber du kriegst einen Assist. We need Gang here. Ja, bin grad auf Top, Junge. Well, look at this. Well, look at this. Ja, ich komm schon. Wait. Please don't die. Nein. Das ist mein Advice. Aber mein Flash ist weg. Stay Tower. Ich versteh's nicht. Also, ich müsste hier mal die Scheiß. Lenkt mich voll ab hier. Ich kann überhaupt nicht richtig in Ruhe hier im Dschungel fahren. Also greif ich eigentlich den Dicken zuerst an. Scheißegal. Ich begreif's nicht. Ich begreif's nicht. Jetzt ist mein Blue schon wieder weg hier. Das gibt's nicht. Ich kann ja nicht mal das Level 5 in Ruhe fahren. So, aber gleich wollt ihr einen Gang sehen, den's in der Geschichte noch nie so gegeben hat. Richtig fail. So, die kleinen Wolf da. Zack. 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 Brennen. So. Lass ihn auf die Wölfe machen. After Wolves, I come. In your face. So. Wölfe sind weg. Nein. Boah. Scheiß Autoroute. Aber jetzt pushen sie den hin, wenn ich komm, ne? Ja, da ist ein Ward drin, aber stell dich trotzdem rein, Mami. Hui. Schau, wie man da ausweichen kann. Die alte Kuh trifft ja nicht einmal bei mir. Nice. Ich sag. Ähm. Ja, so ist voll geil. Ja, ja. Was heißt ein Spererlinse auf Englisch? Äh. Ja. Jetzt muss ich auf Spererlinse gehen, oder? Weil die auf Bot das nicht machen. Geht's auf Top-Lane? Sieht gut aus. Du hast wieder Mana-Problem, oder? Ähm. Ja. Ähm. Und ich hab dir vorhin noch gesagt, du solltest dir lieber Teleportation holen. Äh. Nö. Bin für Level 5 ein Viertel. Und... Boah. Alter Dodge. Und... Sieh, wir geht raus. Ohohoho. Das war aber knapp hier. Du hast auch ein... Display so... Alter. Und die Minutes kriegen sie. Alter. Pass, die Chatte. Ja, wir spielen mit Franzosen dann. Ähm. Ich hab meinen Ulti, also du kannst kommen, wenn du willst. Ja, ja. Ich komm. Ich muss bei dir noch auf die Map gucken. Ah, meine Nippelbrenner. Ja. Jasu, erstmal in die Richtung des Busches rennen, wo ich grad gesagt hab, da vorsichtig sein. Sehr kluge Idee. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Tipp. So, greifen jetzt schon mal an. Damit er dich downfightet und denkt, er kann was. Aber er ist Level 6. Das heißt, du kannst... Ich glaub, der sieht, dass ich komm, oder? Ja. Heeeey. Warte, 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 warte. Heeeey. 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 Ah, ihr abhaut. Ich helfe dir mal beim Puschen hier. Hui. Komm, mach last hit auf den dicken. Ich hab extra reingesmited. Ich hab mein Ulti noch, aber ich hab ne Mana. Ja, ich hab mein, aber nicht. Ich bin Level 5. Warte doch erstmal für mich. Auf mich. Über mich. Die Präposition wär sehr geil gelegt. Sehr, sehr geil. So. Über dich. Warte. Ja, ja. Warte über mich. Boah, kja. Warte, den kackt ab, ey. Die weiß schon, dass die Sylvia Schild einsetzen soll, wenn die Strings mit dem Ding auf sie schießt. Mit dem. Komm schon, bin ich jetzt Level 6 und ich... Kritt so. Na, Alter, mir fehlt ein halbes... Ein halber fehlt mir auf Level 6. Ja, ja. Deine Hure, ey. Komm mal her. Komm Yasuo, jetzt mach sie weg, ey. Das gibt's doch nicht. Ach. What the fuck, Yasuo. Hm. Ich hol mir jetzt wieder Blue Buff. Wie sieht's Top-Land aus? Naja. Ich hab bloß keinen Mana mehr. Aber ich mach auch keine Fähigkeiten jetzt mehr. Na, wo ist der Monkey hin? Wo ist der Monkey hin? Alter, auf Bord fienden sie durch. Franzosen können nicht LoL spielen. Da ist der Beweis. Ah, okay. Yasuo, unser Mitländer, kann was. Bleib du am Tower. Ja, ja. So weißt du. Ja, jetzt machen sie den Tower weg. Alter, Ulti, Ulti, Ulti. Da links da ist so ein... Okay, die kennen... Die sind Level 30 und kennen das Spiel nicht, oder? Ja. Sind echt Level 30? Ja, glaub ich nicht. Zumindest so was. Ich brauch noch 10 Sekunden. 10 Sekunden. Bis dahin bin ich schon links bei denen. Sie sehen, dass wir kommen. Tja, ich krieg den Kill. Gut, Schaff. Die sind überhaupt nicht dodgen können hier. Mit haben die denn das Schang da? Gute Ahnung. Gute Ahnung. Noch nicht reinlaufen, wenn die Wave nicht da ist. Nee, ich bleib noch hier ein bisschen fern. Alter, ich sehe, wer macht ja null Damage, ey. Und Wardbot. Hier zum Beispiel. Ich glaub, die wollen Thank You schreiben. Das schreibt man aber anders. Ah, ne. Wir können jetzt kommen. Warte, 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 warte. Ich könnte jetzt... Jura... Ich bin zu langsam! 10 Mana brechen. Komm, renn ihm doch hinterher. Sie ist weg. Ja. Die kommt top. Ja, ich komm. Ich komm, ich komm. Ja. Ich kann... Ich hab mein Ulti noch reingekommen. Nein, wo ist der Monkey? Wo ist der Monkey? Der ist, ähm... Der ist hier im Dschungel. Ne? Hier im Busch ist er. Der ist hier irgendwo irgendwann. So, jetzt stirbt. Was? Da ist er. Ja. Tschüss. Ja, ich hab mich noch kurz an dir. Tschüss. Ah, danke für den Buff. Ich mach da mein Ulti, Mami. Ich helf mal kurz dem Turm. Ach ja, der Jungler muss wieder carryn. Alles klar. Hat der meinen Red Buff? Der Wichser? War das mein Red Buff? Darf ich mal nachgucken gehen? Hm, normal nicht. Der kam aus dem Busch hier. Doch, der hat meinen Red Buff. Dann war er bei mir. Hä? Oh. Der Baum brennt hohen. Ja, die Machete des Jägers ist ganz gut. Besser Stoffrüstung, find ich. So, Botlane kackt wieder voll ab. Ich würd gern mal Back gehen und mir was kaufen. Aber ich bin zur Zeit so schön im Flow. Aber jetzt hab ich keinen Mana-Trank mehr. Ja, du brauchst nicht ping, dass er weg ist. Da kommt er grad wieder. So. So. I buy boots and come but now. So. Bleib du am Tower, bitte. Wieso wartest du da rein und nicht hier rein? Weil du letztens aus dem Busch unten kam. Mach doch da ein Wort rein. Nein, weil wenn er da hinläuft, sehe ich ihn dann. Achso. Du bist sehr kahl, Luca. Ah, Beweglichkeit. So. Und so. Und jetzt geh ich auf Stoffrüsten. Ne, auf, auf. Hier, Sonnenfeuerumhang. Da kann ich mir aber nichts kaufen. Ich bin oben. So. Das kommt auf die Zwei. Alles klar. Wunderbra. Ich geh hier zum Bluebuff und schau, ob sie ihn klauen wollen. Ich glaub, der legt da ein Wort hin. Wait. Ja, wait. Der wird unten von Ding gefistet. Yasuo. Klasse. Yasuo, was machst du denn? Nein. Ja, ja. Ich geh auf deine Oma, ey. Bis gleich, Süßer. Boah ey. Wie ich den Yasuo reingerannt bin, ey. Ja komm, hilf mir doch mal einer hier. Gibt's doch nicht. Na endlich. Ja. Die machen ja nix am Damage hier. Fokus, Guys. Fresse. Nein. Was? Nein. Komm, eine Scholle. Boom. Boah. Jetzt hol dir mal Schuhe. Hol dir mal Schuhe der Beweglichkeit. Miniatari. Was ist da? Achso, da kommt Syndra. Wenn man mit Franzosen spielt, das kann nur schlimmer ausgehen. Echt? Ich täusche das in ähm. Oder Spanier. Keine Ahnung. Irgendwas aus dem Eck. Was schreiben sie denn? Kann ich hier noch hoch? Ne, doch. Ich kann doch hier hoch scrollen. Richtig. Uuh, nice. Waaaatt. Jxnx, Ne Unti. Warum nicht? Ach, ich hab's gar nicht gesehen. Naja, kann man auch nicht gefürgen. Äh, braucht jemand Blubuff? Ne, eigentlich braucht die Sivir, eigentlich braucht die Sivir keinen Blubuff. Was haben die für Items? Ach, echt. Kommst du doch nicht. Look at me. Oh, oh, oh. Die sieht dich ja so. Nein, noch nicht. Doch, die haben ja ein Wort. Komm, All of the Chins hier. Ja, Tatsiblu. Ja, Tatsiblu, aber den hole ich mir jetzt. Nice one. Good job. So, und ich helfe jetzt auf Midlane. Ja, auf top, oder? Ja. Hauptsache ich nicht feaden. Das sind die Analplugs. Das sind echt die Analplugs. Ah, ich komm jetzt mal top, ne? 50 Sekunden Ulti. Ich kann es noch nicht so viel machen, aber... Wer hat ein Ulti. Die warden auch nix auf Botlane. Weiß, der Busch hier kommt total frei. Also hirnfrei. Los, greif mal an hier. Der denkt, er kann was. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ja, du kriegst ihn ja auch so da unten. Könnt ihn jetzt ärgern. Nein, der Jolte. Na ja, renn weg. Da unten ist Wukong. Hi Wukong. Hi. Ich muss nur ne Scholle drauf machen. Ja, ja. Warte, warte. Jetzt geh mal auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Ich komm hinterher. Ich krieg ihn. Och Wukong. Ja, ich kann nicht sehr viel machen. Drück ihm ne Scholle rein. Drück ihm ne richtig dicke Scholle rein. Ja, dann drück ihm noch ne Scholle. Der hat sich, der hat sich... Das ist sein Ulti. Wenn der dumm stehen bleibt... Oh oh. Flash, 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 Flash. Ich hab kein Flash mehr. Ah! Oh Gott. Ich hab nichts gekannt. Tja, du bist einfach kacke. Ja, wir haben... Wir können ja nichts dafür, dass dieser Spass-Affe da aufkreuzt. Erstmal Ninjatavis kaufen. Du hast doch keine Schuhe gehabt. Doch, aber nur die normalen. Na komm Yasuo. Ähm. Da ist er. Nice, nice Yasuo. Oh mein Gott. Nein! Ja! Ah! Wie ein Fußballspiel hier. Nein! Rechte Flanke! Linke Flanke! Ja! Nein! Ja! Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du... Ne. Tu... Ne. Tu... Me. Muße bien. Morgan. What the fuck? Was will der? Ne. Ne. Warte. Yasuo. Es ist Zeit zu jagen. So! Komm! Hol ihn hier! Ja. Boah. Du bist sehr sehr geil Yasuo. So. Ich kann ihren Mist anklicken. Ich bringe ihn sogar zweimal. Ich prüge ihn sogar zweimal. Biskuitz so. Yasuo. Komm mit. Äh. Bot. Die brauchen hier Silke noch nie. Alter. Ich krieg euch doch ins Knie. Ihr könnt nix auf Bot lehnen. Ups. Wie kann ich drauf gehen? Bot. Oh mein fucking Gott. Was soll ich denn jetzt allein machen? Ah. Scheiße ich mich treffen will. Ohohoho. Keine Fotze ey. Unsere ADCs sind wieder Hurenkinder. Das gibt's nicht. Boah. Next time I ADC. Ganz einfach. Lass mal mich Jinx spielen ey. Oder sie wir. Und die soll ein Premade sein? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Sieht man ja. Sieht man richtig. Ja da kommt wieder der Affe von der Seite und denkt der ist cool. Hey Wukong du wirst ja von dem Minion verfolgt. Dich sieht man. Ach komm schon dass du siehst. Oh da hat er mich umhaken. Ohohohoho. Weiner. Und Siebel geht drauf. Die fast drauf geht. Oh jetzt wollte ich kommen. Komm jetzt killt ich den Spaß. Vier Sekunden Ulti. Komm einfach hinterher. Ja. Ich komm auch noch runter. Oh jetzt bleib mal stehen du. Fure du hättest du hier. Der war Wukong auch noch irgendwo. Ich weiß der war hier. Versuchen wir jetzt. Ja ja. Der ist oben rum. Unten rum. Links über Flank hier zum Mittel. Alle auf den Spasten. Der ist oben rum. Jasu lässt sich leicht ablenken von Syndra. Komm top jungle. Und dann top. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Das ist ein Doppelgänger. Check das nochmal. Ja. Hier an Bord rein. Geh ich jetzt mal auf Hilfe. Auf Wukong. Okay. Nicht auf Trinder. Trinder hält zu viel aus. Ich geh auf Wukong. Mach doch jetzt den Affen weg. So. Jetzt auf den. Sieh wir rennen schonmal. Nice. Nice. Good job. Bam. Rüstung baby. Geh auf top lane und werf es ab. Und Jasu geht auf mit auf. Don't go alone. Ich. 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 Will schon mich gar nicht mehr aufregen ey. Ja. Du weißt schon dass wards. Spiele gewinnen. Aber. Dann spiel mal blind. Oder blöd. Oder beides. Ich hab red buff. Jetzt hab ich denn 3 3 7. Okay ich hab 7 Assists immerhin. So. Genau deswegen. Solltest du diesen verkackten Busch worden. Weil es dir Trash schön in den Arsch fällt. Ich. 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 Weigere mich. Ja. Das sind die Caitlins die wir nicht im Spiel haben wollen. Hmmm. Ich. 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 Du kommst viel zu spät rein. Die Jinx hatte 5 Leben oder so. Pfff, sah jetzt zumindest so aus. Und Caitlyn ist richtig geil gelaufen. Das Caitlyn... Na, ich will mich eigentlich auf. Just survive, please. Bleib am verkackten Tower stehen. Schieß deine Ladung nach vorne. Mach die Wave weg. Nicht auf den schießen. Du sollst gerade vorschießen. Mach die Wave weg. Und du schießt wenigstens auf Trash. Du hast wenigstens einen Grill bekommen. Ja, ja, weil Trash ja überhaupt nicht Tanki geht oder so. Pfff, Alter. Das Skill, du. Das nächste, was ich mir kaufe, ist die Magic Wishes. Ich glaube, ich sollte AD gehen. Unsere ADCs können nix. Wir haben ja 2 und die können nix. Irgendwie peinlich. Lasst mir mein Gold. Wenn ihr schon mittlerweile nix reißen könnt. Ja, aber mein Jungle-Leer-Farm, ihr Pisser. Ich push top. Ich push top. Bleib du mit. Ach ja, so schlecht siehst du gar nicht mehr aus. Ist das mich verarschen? Ihr macht echt einen Teamfight 2 gegen 5. Na, Premium. 2 gegen 5. Sehr schöne Zahl. Vor allem die 5 im Gegnerteam. Und jetzt werden sie alle gegankt unten. Ich würde da gar nicht hinschauen. Wieso komm, ey? Wir kommen erstens viel zu sp... Geh da weg! Geh da weg! Ja. Der verkackte Bukong... Oh mein Gott, wie der sein Ulti gibt's denn. Geh da weg! Ihr dicken hässlichen Kinder! Tscholle! So, auf zum Turm. Ich hab Ulti bei dabei. Dann! Lone Running! Auf Syndra, okay? Die macht nur zu viel Damage. Ja, dann geh auf Syndra. Nicht getroffen. Öffne ich die andere! Die wollte da fliegen. Ja, ja. Ich hab sie gestunnt. Und... Oh, knapp den. Hier rausflash die kleine Hube. Oben war, oben war Trinder mehr. Oben war Trinder mehr. Oben war Trinder mehr. Hier so. Unten ist Wukong. Bleib doch mal beim Turm. Boah, wir sind da herrennt. Ähm, die wird drauf gehen. Ja, die wird sowas von drauf gehen. Ah, da war grad und hat sich hier teleportiert. Komm mal mit. Oh, really? Ne, ich geh jetzt top. Ist der hier? Ne. Da, der. Ach, der hat meine Dinger gemacht. Ich geh top. Na, ich auch. Bleib dir mit. Nein! Ich fahre da jetzt. Ich hilf dir bei Jinx. Hi Jinx! Ja, ja. Ich glaub sie können da rein oder was? Bin das? Ich kann doch nix. Schau wie sie von mir abhaut, ey. Ich hab erst in 20 Sekunden wieder Ulti. Das bringt euch sowieso nix, wenn ihr die jetzt verfolgt. Ah, der kommt voll hoch, ne. Geht trotzdem auf die. Weg, 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 weg. Vielleicht auf mich gingste behindert. Ich hab mich ignited. Ja, ja. Der ist tot. Siehste? So, spielt man gegen... Let's Trinder mehr. Let's Trinder mehr. Let's Trinder mehr. In letzter Sekunde noch ne Ignite draufhauen. Wie denn sonst. Ah, hi Syndra. Ne, ne, ne. Weg da. Nicht alle. Mach mir zu viel Damage noch. Ja, ich hab zwei Ulti gehabt, aber ich hab nicht in den Busch reinsehen können. Ja, jetzt ran sie alle dahin. Ah, wave, wave, wave. Ah, hi Bukong. Geh drauf, geh drauf. Ja, ja. Ja komm, zünd dein Ulti. Zünd dein, zünd, zünd ihn. Ich hab keinen Ulti. Nein, aber ich? Hab ich. Komm, stirb. Stirb in der Runde. Da hinten ist er. Der muss doch draufgehen, der brennt doch. Wer kriegt denn? Das ist ein reines Fun-Game jetzt. Da rein worden. Danke. Renn doch nicht einfach hinterher. Geht er weg, geht er weg, geht er weg. Auf Jinx, jetzt, jetzt, jetzt. Ich hab kein Ulti. Ist egal. Alter. Ich flashe raus. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, ähm, ähm. Syndra. Syndra. Ja. Okay, Yasuo hat top immerhin gepusht. Boah. Okay. So, jetzt gehen wir auf. Boah, wie hast du das Fiktal? Äh. Kann ich das nicht upgraden? Ne, das ist das höchste. Das bringt nichts überhaupt. Ein Gegner wurde getötet. Okay, ein Monstern zusätzlichen Schaden. Das ist cool. Mana... Äh, Heilungs-Buff brauche ich eigentlich... Also, Heilungstränke brauche ich eigentlich nicht mehr. Ein Gegner wurde getötet. Ja, Yasuo und Yasuo geht drauf. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Oder... Frosthammer. Mh, ist mir egal, wie du bist. Oder... Yay, lasst du die Halle killen. Haut rein. Warmox-Rüstung. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Es ist Zeit. Aha. Oh, du meinst dann seid ihr sowas von aufgeschmissen. Geht auf den Affen. Nicht auf den Trimmer. Ja, ja, ja. Nicht jetzt. Ich geb bot. Nicht pushen. Nicht pushen. Nicht pushen. Alter, was geht denn hier ab? Mein Form. Mein Form. Meiner. 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 Ich stell mich einfach nur rein. Ich hab ja mein... Mein Sonnenvolk. Okay. So, einer top. Kommt ne Wave an. Ich schau mal kurz, ob hier ein kleines Welfchen noch übrig ist. Ja. Sehr schön. Das... Das ist Äffchen. Ach, schau. Geht alle auf das Äffchen, aber lasst euch nicht von dem Ulti verarschen. Ja, ja. Hey, sogar Boobaf ist da. Sehr schön. Und Ignite. Da war Jinx irgendwo. Wo? Hier? Hier. Irgendwo. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geht doch nicht alle runter in den Dschungel, wenn ihr sie schon gesehen habt. Wie saßt du? Ja, ja. Klasse. Sehr schön. Und so, meine Herren. Tötet man einen Maulfight. Nein! Ich stun die Jinx. Also ich probier's. Ist okay mit... Ähm... Ja. Ich geh nicht mal ran, geh. Doch, die kelle ich noch auf die Fotze. Oh. Willst du mich töten? Du willst mich töten? Na schön. Oh ja. Ich weiß nicht, nein? Da hat er mich gezogen. Ich heil mich erst mal wieder hoch mit dem Fenner. Oh, ist ja voll der Fight bei dir. Komm mal her. Ja, ich weiß nicht mal ein Spann. Ich geh mitlan. Aber jetzt mach ich hier noch die geilen. Die richtig geilen. Kleinen Geisterchen. Huuu. Full-life. Warwick mit... Ähm... Das war ein guter Tipp von dir. Mit der Seele. Ne? Ist geil, ne? Macht sehr schön viel Schaden gegen die ganzen Vasallen. Äh... Unten der Affe, der will wohl aufs Mal. Ich hab wieder Ulti. Meins, 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 meins. Hallo. Hier, hier. Der macht bestimmt grad die Wölfe. Da ist er. Ah. Da ist er. Ne, ich glaub... Ne. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Schon zu lang gechased. Jetzt kommen die anderen alle an. Wenn dann auf Syndra. Warte für mich. Warte für mich. Warte für mich. Nice one. Ich wart oben, Busch. Unten ist Trash. So, wir... Lauf mal mit der Suo mit. Der macht am meisten Damage. Die anderen zwei können nix. Alter, was ist denn das, wenn's fertig ist? Halt drauf. Halt drauf. Halt drauf. Halt drauf. Diese... Sich gegen... Oh mein Gott. Oh Gott, oh. Ich geh auf den Affen. Auf den Affen. Auf den Affen. Der ist auf Tryndermär. Ja. Na, Tryndi? Wo rennt dann hin? Warte mal kurz. Hi Trash. Ich hab auch noch Ignite. Äh, ne, nicht Ignite. Flash. Komm, den kriegt er wohl down, oder? Ja, das ist mein Kill. Aber meiner ist es. Aber meiner ist es. So, und jetzt push mit Tower. So läuft er. Gib mir mein Gold. Ich liebe es, Sonya. Okay, wir leben noch. Syndra lebt wieder und... Okay, der Tower ist weg. Syndra, ich hab wieder Ulti by the way. Ich hab wieder Ulti by the way. Mach den Tower weg und dann auf sie. Dann auf sie. Jetzt auf sie. Jetzt, 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 jetzt. Hau rein. Ja, ja. Ist er weg. Nice one. Nice one. Ah, okay. Jetzt kommen wir. So, hier kommt Tryndermär. Okay, Tryndermär. Weg, 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 weg. Kings. Ich bin zu langsam. Äh, ja. Nice. Der Flash war gut. Ja, weißt du. Jetzt macht er uns voll langsam. Jetzt verlangsamt er uns noch. Jetzt könnte ich flashen. Kann ich auch. Ich kann ihn. Brenn du weg. Hau rein, hau rein. Was jetzt? Nein, nein, nein. Ja. Ich... Bist zu langsam, sorry. Ja, ich war auch zu langsam. Hast du nicht Schuh der Beweglichkeit? Ich hab nen Jotabi. Weißt du nicht ab, ja. Hallo, Yasuo. Wie weißt du, wenn du mal mitkommst? Ja, jetzt ficken die dich weg. Yasuo, ey. Dieser alleinige... Tod. Nice. Ach so, er hatte wieder Beliebungsding. Auf den Affen. Auf den Affen. Auf den Affen. Fokus den Affen. Nein. Gerade hätte ich einen... Stunnen können. Huuu. Lass mich mal mit Absicht fangen. Na, wer geht rein? Wer will mich? Das ist der Klon. Ja. Ich hab zu viel HP. Vergiss es. Schau, wie sie wegrennen. Was hast denn du? 3-9. 3-9. Ach, wie er abhaut, ey. Ne. Ich flash da nicht durch. Ah, nice. Ich ward hier rein. Das war's jetzt. Was wäre der? Ah, du mach mal kurz Bot, ne. Ei, ei. Kropon. Ha, Kropon. Baron worden? Ne. Wir leben überhaupt. Wukong, Syndra und Trash. Hi Syndra. Bist du hart. Mit dir in einer geilen Liebesperle. Wuuu. Ich hab mich ja getroffen. Die kann echt nicht treffen. Wuuu. Ah, jetzt hat sie was getroffen. Ah, ich bin wieder voll, Leute. So, mal ein bisschen. Ich geh mal zum Drachen, ne. Hilfst du mir da? Dragon? Ja, ja. Ah, ja. Fast Dragon. Machen sie bestimmt nicht. Hauen Wardra? Ja. Warte ich. Ich hab noch... Na. Hast du Smiled? Ja, ich hab Smiled. In 10 Sekunden. Ah, schon mal. Die Syndra da runterballert. Vergesse. Hi Jinx. Auf Jinx. Yes. Auf Syndra. Echt? Auf Syndra? Okay. Dieser rausflasht! Die Fotze! Okay, jetzt auf den Affen. Nice, jetzt sind sie hier drin. Hiiii. Oben, 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 oben. Naja. Ja. Ne, ne, ne. Syndra will's wissen. Syndra will's wissen. Oh mein Gott, die wird geschnappt. Auf den, auf den Affen, auf den Affen. Auf den jetzt. Auf Syndra, Syndra, Syndra. Syndra. Ja, ich komm da nicht hin. Nee, ich hab keinen. Die stunnen mich alle, die Fotzen. Ich kann nicht mal einmal meinen Coup machen. Wo ist Catlin? Sie ist... Die ist abgehorn. Die feige Sau. Ja. Ich hab ne Ermittlung. Rüstung. So. Jetzt wird's lustig. Wir rufen ja... Das Ding. So. 80 sind fast 300 Rüstung. Ich hab 188 plus. Ne, jetzt hab ich 191 auf einmal rum. Aber die pushen irgendwie nicht so. War Defender. Siem. Hier, what? Baron. Ach, ey. Ne, man. Dann würden Syndra und Thresh auch hochgehen. Echt? Es hat nen Jinx bis jetzt. Hat sich mal. Jinx geht auf. Okay, I go. Wer? Sivir. Hm. Ne, die gehen nicht dünn. Ne, die gehen nicht dünn. Wie viel Leben hat denn der? Trash 3-3. Ich hab hier... Also ich hab 4k. Ich hab, ey. Warte mal kurz. Hier noch. Heimbacht. Ja. Wollen sie Double ADC machen, dann machen sie so nen Kack, ey. Ich weiß nicht mal, was die für Items haben hier. Die geht auf Schaden. Die andere geht auch auf Schaden. Yasuo will auch, dass du nach seinem Ult... Nein, nein. Ah ne, dass du für seinen Ult. Genau. Wart hier mal rein. Sieh ich nicht geil aus. Sieh ich nicht geil aus. Ja, du hast voll die dicken, harten, richte harten. Na, wo ist er denn? Hat ja bei der Gratter-Zen. War er nicht ein Gegner? Ne. Ne. Ich seh schon weiße Mäuse. Ah. Hiiii. Au. Wo ist die Hatsu? Warte du auf ihn. Da ist er. Fortlane war... Okay, der ist jetzt hier rum gegangen. Okay. Hau rein. Ich hab keine Ahnung, wie ich mein Ulti gemacht hab. Aber geht mal auf die Jinx, ey. Jinx! Na. Die machen zu wenig damage. Die machen zu wenig damage. Don't fokus. Trinder. Und tot. Doch nicht. Hat mich getötet. Trinder mehr? Ja. Ja, nicht den getötet. Trinder mehr hat mich getötet. Ja, unsere ADCs, die können halt einfach nicht fokusen. Ich hab gar nicht Jinx in dem ganzen Haufen da unten gesehen, ehrlich gesagt, die waren alle auf dem Fleck. Ich auch nicht. Einfach reinhalten. Das ist es ja eben. Geh auf die Jinx, du dumme Nudator. Erstmal GG schreiben, ey. Kann ja nix mehr werden mit denen. And that's how you don't play, Double ADC-Botman. Was man ja eigentlich gar nicht mehr macht. Hab ich denn nix sehen eigentlich, dass man es machen kann. Ich auch nicht. Aber wir bedanken uns jedenfalls trotzdem fürs Zusehen. Schon mal zwei Folgen aufgenommen, zwei Folgen verloren. Oh, das ist ja richtig gute Statistik hier. Wir spielen auch mit Bobs. Ich würd gern mal mit Silberleagland spielen. Das wär mal ein bisschen cooler. Silberleag-Leagland. Lie-Leagland, ja. Lie-Leag-Leer. Also, bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht wann die kommen soll. Aber sie wird kommen. Das garantiere ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hippie wie frei. Okay. Bis dann. Ciao Leute. Servus. wave. Nichts. Oh, du. Wie braucht unserenvoltaren woher? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020